Liebe Zuschauer von Hochzeitsmesse TV, ich stehe hier heute beim Beppo und frage auch mal ganz gleich drauf los, wer ist Beppo und was macht Beppo? Ja, also herzlich willkommen hier an Beppos Eiskutsche. Ich bin Gelatieri, seit 23 Jahren mit Herz und Seele, habe das von der Picke auf gelernt, bin vor fünf Jahren mit meiner Familie hier ins wunderbare Füssen gezogen. Es ist eine traumhafte Gegend hier, ich kann es nur jedem empfehlen, uns zu besuchen hier im Allgäu. Und ja, wie gesagt, seit fünf Jahren tingle ich hier durch die Altstadt von Füssen, bereichere das Stadtbild und biete meine Dienste halt eben auch für außergewöhnliche Anlässe an. Und ja, ich bin halt käuflich erwerblich, ja, und kann mich da auch ganz individuell auf allen Events eigentlich als Attraktion anbieten, ja. Also mit mir kann man verschiedene Sachen durchsprechen, egal ob das jetzt verschiedene Sachen inszeniert werden sollen, ob nur Eiskugeln den Gästen ausgeschenkt werden sollen. Also ganz individuell flexibel. Und wie gesagt, auch zu allen Anlässen kann man mich halt eben präsentieren. Und ja, im Grunde genommen bin ich mit, aus Liebe zum Eis, zu dieser Eiskutsche gekommen und würde mich freuen, halt viele Menschen zu beglücken.